Guten Tag, ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten of America und ich wende mich an Sie mit einer wichtigen Botschaft. Am 4. März 2016 findet in Walford, Austria, die zweite Agnus-Film Trash Night statt. Dort werden sehr interessante Filme zu sehen sein, darunter auch Werke mit meinem guten Freund Udo Bermudo. Leider lässt es die weltpolitische Lage derzeit nicht zu, dass ich dort persönlich erscheinen kann. Ich möchte Ihnen aber empfehlen, diese Veranstaltung zu besuchen. Sie werden es nicht bereuen. Gott bless Walford, Gott bless Austria und Gott bless Amerika. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!